Guten Abend und herzlich willkommen zum Wettervoracht. Heute gab es für viele eine ganze Menge Sonnenschein, auch wenn es eine Ecke dauerte, bis sich die Sonne durchsetzte. Denn vor allem am frühen Morgen gab es örtlich auch dicke Nebelfelde. Aber im Laufe des Nachmittags, dann höchstens noch so ein paar Schleierwolken. Am Oberrhein hielt sich der Nebel ein bisschen zäh, genauso auch die Mosel entlang. Sonst aber viel blauer Himmel, etwas dickere Wolken über Brandenburg. Und hier aus dem Nordwesten, da kam ebenfalls ein Wolkenpaket, das zu einer Kaltfront gehört. Und im Wettervoracht gucken wir heute mal auf Stadt-Land-Unterschiede. Allerdings nicht speziell heute, sondern insgesamt, was die Frosttage angeht. So beispielsweise Hamburg. Hamburg-Veddel kommt in diesem Jahr bisher auf 39 Tage. Quickborn, bisschen außerhalb gelegen, deutlich mehr frostige Tage. 66 waren das nämlich bisher in diesem Jahr. München-Neuhausen, mitten in der Stadt, 61 Tage. Flughafen München dagegen schon 106 Tage. Bis zum Wochenende hin kommen hier keine Frosttage mehr dazu. In München allerdings schon eher, da ist die Luft deutlich kälter. Das heißt, außerhalb der Städte, der Stadteffekt sorgt ja dafür, dass es dort so ein bisschen wärmer bleibt. Vor allen Dingen nachts und im Herbst oder Winter. Ansonsten eben in den Städten etwas wärmer. Außerhalb der Städte eher mal frostige Tage, also Temperaturen unter 0 Grad. In der kommenden Nacht halten sich bei uns nach Norden hin erneut und wieder diese dichteren Wolkenfelder. Im Süden ist es anfangs sternenklar, dann bilden sich aber zum Teil auch wieder dickere Nebelfelder. Die Temperaturen liegen morgen früh meist bei Werten zwischen 1 und minus 3 Grad. 5 Grad in den Hochlagen des Schwarzwaldes, 11 Grad auf Helgoland. Morgen Vormittag geht es los mit dichteren Wolkenfeldern im Norden und Nordwesten, also von Ostfriesland bis Schleswig-Holstein. Sonst Nebel, der sich aber rasch auflösen wird. Zumindest bis zur Mittagszeit sollte es so ziemlich überall etwas Sonne geben. Schleierwolken sind unterwegs, die halten sich auch am Nachmittag. Dann allerdings zwischen diesen Schleierwolken Sonnenschein und von Ostfriesland bis in die Region so nördlich des Nord-Ostsee-Kanals, da kann es auch ein paar Tropfen geben. Die Temperaturen steigen bis zum Nachmittag auf Werte von meist 6 bis 12 Grad, 13, 14 Grad in mittleren Höhen lang oder am Alpenrand. Der Winter zumeist schwach aus unterschiedlichen, im Nordwesten auch aus südwestlichen Richtungen. Direkt auf der Nordsee weht er frisch. Und ein paar dickere Wolken gibt es auch Donnerstag noch im Nordwesten mit leichtem Regen, Freitag Nebel und Sonnenschein. Temperaturen gehen nächste Woche deutlich runter. Ich bin froh. Ich bin froh. Untertitelung des ZDF, 2020